Musik 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 Gemäß dem agilen Strategieprozess besteht diese Regel aus den folgenden vier Phasen, die zusammen einen Sprint ergeben. Die erste Phase ist das Planning, die zweite die Umsetzung, das Review und die vierte die Retro, das Review wird für tiefer und klaren Zinn in einem gemeinsamen Strategie-Meeting statt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020